So, von uns aus kann es wieder losgehen, hinein in die zweite Halbzeit. Und den Ball hat er ja förmlich gestohlen hier gerade in dieser Situation. Und sowas läuft unter dem Oberbegriff Ballkontrolle. Schöner Pass. Boah, da gehört schon eine Portion Mut dazu, sich in diesen Ball noch hineinzuwerfen. Und das war clever gepasst. Ja, der Spieler hat sich den Ball wieder erobert. Klasse Pass. Schöne Aktion über mehrere Stationen. Keine Karte, okay, aber Freistoß muss er natürlich geben nach dieser Grätsche. Gute Stellungsspiel des Torhüters. Er hat den Ball. Ja, und den Ball hat der Torwart wieder abgeworfen. Ah, schöner langer Ball. Ah, das ist ein Weltklasse-Dribbling. Also der Mann ist sein Geld nun wirklich wert. Erste Auswechslung des Trainers in dieser Begegnung. Alle Angreifer sind jetzt in der gegnerischen Hälfte postiert. Ah, toller Einsatz des letzten Mannes und das in dieser wichtigen Situation. Und das kann er ja. Lange Bälle spielen. Ja, der Ball war nicht nur lang, sondern auch genau gespielt. Sehr gutes Stellungsspiel des Abwehrspielers in dieser Situation. Ja, gefällt dem Trainer. Ja, und so beherrscht man Ball und Gegner. Aber der Abwehrspieler steht auch goldrächtig. Schöner Spielzug. Sieht so aus, als ob der Ball heute gar nicht mehr abgehängt. Hinten in der Abwehr stehen sie unheimlich kompakt. Ein schöner Pass in den freien Raum, genau auf den Mitspieler. Ja, da steht er völlig frei. Ja, was soll der Schiedsrichter da machen? Er muss Freistoß pfeifen. Ja, eine weitere Auswechslung des Trainers. Seine zweite heute. Ja, was will er mit dem Schuss den Torwart in Verlegenheit bringen? Das geht wohl kaum. Spieler machen sich warm am Rande des Spielfelds. Und der Trainer hat sich wohl jetzt entschieden, mindestens mal eine Auswechslung vorzunehmen. Ja, da hatten sie die Chance, aber wieder ist die Abwehr zur Stelle. Ein Weltklasse-Pass. Traumhaft sicher läuft der Ball da durch die eigenen Reihen. Und sie werden immer offensiver. Fantastisch, die Parade. Da muss er sich ganz, ganz lang machen. Da müssen wir den Stürmer kritisieren und den Torhüter loben. Also wie er den noch hält, Weltklasse. Ja, wie ich sehe, machen sich da eine Reihe von Spielern neben der Seitenlinie warm. Und da werden wir jetzt wohl gleich mindestens eine Auswechslung erleben. Oh, klasse Ecke, wie er die reinzieht. Und im Training haben sie sich darauf spezialisiert. Auf gefährliche Eckbälle. Schauen wir mal, was daraus wird. Jetzt die Augen nur nach auf den Ball gerichtet. Ja, und die langen Bälle, die kann er natürlich spielen. Da hat er über sich, da hat er ein Auge für. Ja, und der Gegner kommt ja gar nicht an den Ball ran. Und in der Abwehr steht er gut und hat den Ball gleich wieder zurückerkämpft. Tja, das war aber zum Schluss nochmal ganz eng. Mein lieber Mann, aber bitteschön, gewonnen ist gewonnen. So, und ich glaube an das Spiel werden sie noch lange zurückdenken. Sowas musst du erstmal wegstecken.